So liebe Lodi, ich bin gerade angekommen und werde euch jetzt mal hier das Apartment zeigen, bevor ich jetzt gleich laufen gehe. Hier sieht es schon aus wie hackt, weil ich komme einfach rein und schmeiße einfach alles raus aus dem Koffer. Und habe auch schon die ersten Videos gerade abgedreht zum Thema Trainingslager. Deshalb habe ich mir hier schon Mülleimer und so weiter bereitgestellt. Aber ansonsten zeige ich euch einfach mal, wie es hier aussieht, wenn man reinkommt. Und also ihr seht, ein schönes, großes Wohnzimmer, quasi mit zwei Sesseln hier. Dann geht es hier ins Schlafzimmer rein. Ist natürlich auch ganz cool. Hell, Schrank und so weiter, alles da. Das passt, da kann man echt nicht meckern. Mit Balkon hier vorne, also da kann man auch draußen in der Sonne sitzen. Und hier mal auf die Palmen gucken. Das ist auch super. Hier natürlich Schreibtisch, auch wichtig, um dann noch zu arbeiten. Ganz wichtig natürlich auch eigene Kochplatte, damit man sich was zu essen machen kann. Kühlschrank natürlich mit dabei. Mikrowelle, all so ein Kram. Also eine super Sache. Das ist das Badezimmer hier. Also sieht auch super aus. Hier, schöne große, schönen großen Duschkopf. Und das passt, würde ich sagen. Also sieht super aus. So sieht auf jeden Fall das Apartment aus. So, jetzt werde ich erstmal draußen eine kleine Runde laufen gehen. Erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden. Mal so gucken, was geht hier ab. Und dann schauen wir uns nachher mal an. Ich werde nachher noch zu Bischi rüberfahren. Mit dem werde ich dann eine Runde laufen gehen. Dann nehme ich die Kamera natürlich auch mit. Also seid gespannt. So, der erste 5 Kilometer Lauf absolviert. Ganz, ganz locker. Einfach in 22 Minuten. Und jetzt erstmal zum Lidl gehen, einkaufen. Und dann fahre ich rüber zum Bischi. Und dann laufen wir zusammen eine Runde. Werden wir mal gucken. Ich nehme die Kamera mit. So, mit Bisch Master jetzt 10 Kilometer gelaufen. 40, äh, meine Stimme ist noch ein bisschen weg. 40, 40 oder so sind wir jetzt gelaufen. Schönes Tempo. So, schön einmal hin und zurück. Von daher auch wieder eine gute Trainingsanheit. Trainingsanheit Nummer 2 dann heute. Und gleich nochmal ein bisschen was machen. Ich zeige euch was. Jetzt aber erstmal zu meinem geilen Auto. Schöner Fiat. Klein, passt, reicht, läuft. So, jetzt zeige ich euch mal eben, was ich gekauft habe. Und zwar natürlich hier Wasser. Aber ich habe auch ein bisschen Eistee ohne Zucker. Dann Bio-Tomaten. Also wenn ich Gemüse kaufe, dann versuche ich das in Bio-Qualität zu bekommen. Weil das eben so zugespritzt ist. Eine Gurke. Dann Möhren, klein geschnitten. Da bin ich ein bisschen zu faul. Dann gibt es hier Bio-Eier. Gibt es auch hier im Lidl oder im ganz normalen Supermarkt. Und dann natürlich Hackfleisch. Auch Bio hier. Dann gibt es einmal eine Mischung mit Nüssen für zwischendurch. Und hier für 19 Cent sogar richtig geil. Einfach so ein bisschen mehr Salz. Um das Ganze natürlich auch ein bisschen zu salzen. Und das Salz natürlich auch rein zu bekommen. Das ist so der erste Einkauf hier. Und da werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen was gönnen. Es gibt jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hackfleisch. Und ein bisschen davon, dass es passt.